was wollten wir jetzt machen genau wir wollten jetzt ja hier die ganzen dinge machen unentdeckter dann gehen wir mal hier in die bucht rein und holen uns den tempel der asclepios und dann so dahinten muss ich hin ja das ging ja ziemlich gut abgesehen davon dass bei dem einen die die eine die eine hatte uns ja fast noch gekillt so kurz vor schluss ok schreibt einfach mal fanfiction immer aus dem weg hier dankeschön warum wir können doch alle nebenher segeln jetzt machen wir singen battle wieso sollte ich so tun nein ich tue da gar nicht so was ist los richtig ballern wir alles nieder ich liebe so diese trocken dogs sind so cool aus so bitte mal hier anlegen weil wir und so viele menschen hier gibt es genug nahrung und kephalenia ein jahr lang zu ernähren und so viele menschen hier gibt es genug nahrung und kephalenia ein jahr lang zu ernähren ja das stimmt oh stimmt nach der kephalenia will ich mal wieder weil da ist ja die das brandfieber also die seuche ist ja ausgebrochen weil wir so dumm waren und ein priester getötet haben ja eigentlich so aber da fand ich es auch schade dass das man ja dass man die nicht dran also hindern konnte dass sie jetzt die welt bereisen darf ich da nicht hoch ich will da hoch oh god ah und hier sehr schön gut also welche quest machen wir jetzt wir machen die ganzen quest hier rum also das heißt giftige begegnung machen wir noch nicht da habe ich ein bisschen ja nee machen wir noch nicht wir machen jetzt erstmal das für kleon das ist ja hier gleich vor den toren und danach und währenddessen halt machen wir das für Demosthenes sehr schön gut ach übrigens die die sich für cyberpunk nicht spoilern lassen wollen es haben jetzt schon ein paar aussehen die also cyberpunk bekommen das war aber ein fehler weil sie werden mich suchen ich muss vorsichtig sein er wird dich suchen genau weil ja keine ahnung so vorbestellungen wurden halt aus Versehen verschickt und die haben halt jetzt die die Version die CD Projekt noch nicht gebalanced haben also die wollten ja beim releasen nuller patch raushauen gleich und dementsprechend also irgendwie gestern oder vorgestern haben schon welche angefangen das zu streamen deswegen genau einer hat 20 minuten gezeigt und wird jetzt verklagt der wird verklagt wow interessant ich finde du nö verkaufen wollen wir nö das können wir jetzt erlegen ähm nö das können wir jetzt erlegen ähm ich weiß gerade gar nicht welchen Speer wir gerade haben so ok da frage ich mich schon drauf ja natürlich hallo die dürfen das nicht wenn Streamer ein Spiel früher bekommen ja aber also die haben das ja außer sehen bekommen also da gab es keine Abmachung gar nichts und an sich der hat ja noch nichts gezeigt was noch nicht gezeigt wurde von CD Projekt also da finde ich verklagen schon ein bisschen zu krass ehrlich gesagt also ich meine die kann ja sagen so mach das nicht das ist halt fast dasselbe hier außer Adrenalin dann soll ich mal den da so dann verbessern wir mal meinen Bogen kann ich gar nicht schade die könnten wir verbessern können wir nicht weil wir nicht genug Geld haben ok dann verkaufe ich den da dann habe ich genug Geld oder verbessern nein ich brauche noch wow 12 gut ich brauche noch 12 was verkaufe ich denn dafür dann verbessern und jetzt kampf durch also den Artikel den ich gelesen habe von dem der eben verklagt wird steht da aber was anderes der hat 18 Minuten Story gezeigt die man eben noch nicht gesehen hat du meinst doch gerade dass mehrere was gezeigt haben wenn nur einer verklagt wird dann wird das ja einen Grund haben wahrscheinlich ja also ich habe das nur vorhin von Gamestar gelesen die haben eben gesagt so ja dass ein paar jetzt gestreamt haben und die haben eben nur den das Beispiel genommen von den einen den sie wahrscheinlich überprüft haben dass da eben nur das gezeigt wird was eigentlich schon gezeigt wurde so aber ja so dann nehmen wir jetzt aber wieder die Dolche weil die Dolche sind ja gerade mega scharf die machen die Dolche machen halt jetzt so viel damage wie der Speer und die DPS ist halt mega ok erzwungenes hungern eine Schwächung der spartanischen Streitkräfte würde den Athena hier sehr helfen nehmen wir einfach mal mit Kopfgeld für Athena Soldaten wieso hängt das in einer Athena Stadt das ist seltsam das ist mega mega seltsam egal nehmen wir mal mit Level 41 lol Kopfgeld für einen Politiker ein Politiker versucht eine höhere Strafe für den Handel in den Hafen einzuführen ich sage wir schleifen stattdessen seine Leid alter eine höhere Strafe wieso Strafe für den Handel verfluchtes Gold wenn Spartaner hungern schwächt dies auch ihre Angriffe ja dann verhungern wir halt die die komplette Front und dann haben alle keinen Bock mehr und gehen alle nach Hause ist doch gut so ist es doch gut so so Matulos der Kloreiche na schön ich gehe mal wieder querfelde durch das ich habe vergessen mich abzurollen aber wir heilen ja sehr schnell EISEL 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 Hilfe! Lass mich frei! Lass mich frei! Lass mich frei! Lass mich frei! Okay Lass mich frei! Lass mich frei! Definitiv! Lass mich frei! Lass mich frei! okay alles klar gut warum nicht gut dann 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 gut das nicht mein krieg viel spaß dann lass ihn halt gefangen so ein idiot schön irgendwie will ich später mal nochmal da vorbeigehen um zu sehen ob die den wieder gefangen genommen haben oder nicht so dann schauen wir mal aha also ist ja okay okay also es ist ich bin nur von der falschen seite gekommen okay alles klar Athen wird ja doch belagert sind aber auch alle ein bisschen durchschnittlich positiv also positiv von wegen höhere Stufe als ich das Problem ist gerade wir müssen ja alle töten weil wenn herauskommt dass ich Kassandra gegen die kämpfe dann sind die wahrscheinlich sehr sehr sauer hier sind ein paar böse hunde ja was war das denn gerade ja gut dann wollen wir mal schauen was wir hier tun können ja 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 hm der passt nicht auf die passen auf da ist auch keiner die können jetzt voll den geilen ausbruch machen und die da wird es und die werden es erst sehr viel zu spät checken die gegend wird gut bewacht finde ich nicht so geht da durch alter ist der dick alter ist der fett du liebe da sind nicht gleich geschoben diese diese wahrscheinlich sieht man den hier der kommt in meine richtung ich starte mal kurz die drohne erst das denn wieso wird der angezeigt wieso gehen die jetzt alle weg die gehen jetzt alle runter und der kommt zu mir was sehr schön ist als ob der das nicht gehört hat wieso wieso alter ich dachte also ich habe f gedrückt und dann ist hier eben vorgerannt und deswegen dachte ich irgendwie sie 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 hätte verstanden was meine intention bei dem wort attentat war aber egal so ging es jetzt auch vor allem immer da wieso seid ihr alle zusammen die zuerst nach nach da цы oh was is 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 go is 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 Wenn ich den jetzt töte, sieht der das? Also logisch gesehen könnte er das vielleicht, eventuell, möglicherweise. Also jetzt sehe ich das. Das war mir zu risky. So dann machen wir das mal anders. Wir verbrennen das mal. Ich weiß gar nicht, ob die darauf reagieren. Ja. Alter. Ich war auch sauer jetzt gerade. Kannst mal sehen. Aber cool, dass die darauf reagieren. Tja, das, das... Gut. Aha. Hilfe. Komm her, komm her. Ja, fein. Komm her. Ja, fein. Noch weiter? Noch weiter? So, jetzt sind wir ungestört hier. Was machst du denn? Da ist ja fett. Und ich drehe dich um. Ah, da bist du dick. Zu groß und dick. Ja, was machst du denn? Du vorstellst auch um... Ich drehe dich mal in die Seite. Aua. Das habe ich gespürt. Ich mag nicht, wenn man mich anschreit. Wie kannst du denn noch stehen lassen? Mein was? also ich ihr könnt sagen was ihr wollt die finisher ich feiere die finisher die sind so geil die sind richtig richtig gut niemand darf mich sehen das hätte ich von mir früher sein können die sehen mich ja ich kann sie ja nicht mit einem one shot töten jetzt nicht sehen nicht umdrehen ja spartaner hätte ich mir ja aber das wäre ein bisschen anstrengend geworden glaube ich den mit also per hand zu schlagen da sind noch genug ja ich kann mal versuchen also du willst ein mit dem mit dem kletenhelm ne tschuldigung ich bin gar nicht da eigentlich wollte ich zwar hintereinander machen aber klappt auch so warte mal der hatte einen offizierstab so sah der aber gar nicht aus das wurde glaube ich nur von den römern gemacht das sind einfach verkleinerte sperre glaube ich nicht also von den römern verwendet meine ich nicht genug gemacht so jetzt ist die frage wo mein trinken ist da richtig schenken wir mal ein schenken hat verdammt verdammt man hört das wäre gar nicht so ein platz an gut Der geht jetzt weg, aber die drei zusammen, die bleiben irgendwie zusammen. Was ist denn das? Mhm. Naja, vielleicht, aber ja, eigentlich nicht. Wie gehe ich da jetzt am besten vor? Ich dachte... Es sind halt viel zu viele. An sich muss ich es ja aggressiv machen, ne? Ich schau mal, ob ich den einen onshotten kann. Nee, nicht mehr. Das kann ich. Also den kann ich. Den kann ich nicht. Okay, ich räume mal alles andere auf und dann die vier mache ich halt dann am Schluss. Ein bisschen schwer muss das hier auch sein, ne? Verstehe ich schon. Was war das? Was war das? Oh. Ich finde raus, was das war. Was willst du jetzt eigentlich? Scheiße. Aber wir kämpfen noch. Wir kämpfen noch schön im Gebüsch. Das ist in Ordnung. Au. Auf. So. Niemand hat es gemerkt. Was sehr interessant ist. Also. So. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020